Hallo Karin. Hallo Schwesterchen. Die Wäsche sieht gut aus, nicht? Ja, gerade in der Sonne. Komm in den Schatten. Mami, was ist ein Schatten? Schau aufs Hemd. Siehst du, so gibt's Schatten. Okay? Okay. Aber Karin, wo kommen diese Schatten her? Na, von den Bäumen. Du, das sind Schmutzschatten. Ach, das passiert manchmal bei niedrigen Temperaturen. Du, versuch's doch mal mit Ariel. Damit wird's bunt die Freien ohne den kleinsten Schatten. Schon bei niedrigen Temperaturen? Ja, schon bei niedrigen Temperaturen löst Ariel den Schmutz nicht nur oberflächlich, sondern auch tief aus dem Gewebe ohne den kleinsten Schatten. Herrlich. Die ganze Wäsche ist so richtig frisch und sauber. Und hier, das Hemd. Nicht ne Spur von Schatten. Ja, Ariel wäscht eben porentief rein. Ja, porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten mit Ariel. Jetzt auch phosphatfrei.